herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die hinterblauen augen box von flair alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung hinter blauen augen von flair das ganze aus dem jahr 2012 wir haben hier eine box und bevor wir die folie abnehmen werden wir uns noch mal kurz diesen sticker hier ansehen hier haben wir einmal ein sticker mit einem barcode drauf und hier lesen wir hinter blauen augen limited edition inklusive 2 cd plus dvd plus t shirt größer plus poster und das ganze bei amazon punkt de jawohl genauso sieht es aus diese box gab es damals wirklich exklusiv über amazon wir werden das ganze mal aus der folie holen und uns dann im detail ansehen so machen wir die folie mal ab wie ihr sehen könnt ist das hier eine schlichte karton box also waren ja damals diese ganzen amazon boxen ganz einfach hier in diesem braun gehalten in dieser typischen karton farbe und wir haben hier lediglich auf der oberseite einen aufkleber der uns darüber aufklärt was sich darin befindet wir haben hier einmal den interpreten abgebildet flair mit blau bearbeiteten augen also die sind echt von der farbe ziemlich heftig und dann lesen wir hier hinter blauen augen flair unten rechts noch major moves und groove attack dann haben wir hier einen barcode links unten noch das maskulin m das allerdings hier von diesem fsk 16 logo sehr stark beeinträchtigt wird das ist hier aufgedruckt worden dann schauen wir mal hinein boxen halt haben wir bereits auf dem sticker lesen können wir haben hier einmal dabei ein poster dann haben wir das album an sich und ein shirt so die box ist leer von ihnen das ganze wie zu erwarten braun dann machen die box mal wieder zu und nachdem hier diverse in diesem fall diese zwei sachen in folie sind holen wir die mal raus so einmal und zweimal so gut wir starten wie immer mit dem album an sich so sieht das aus hinter blauen augen limited deluxe edition nennt sich das ganze wir haben hier das cover wie auch schon auf der box also flair hier frontal abgebildet hinter blauen augen wobei das wort blau passenderweise in blau eingefärbt wurde und auch hier haben wir wieder einen fsk 16 hinweis der leider auch hier wieder aufgedruckt ist hätte man eventuell mit dem sticker lösen können oder irgendwie auf der folie darauf machen können ja in meinen augen beeinträchtigt dass die optik schon schade dafür haben wir das maskulin m in diesem fall rechts also nicht hinter diesem fsk logo versteckt sondern hier wirklich separat flair hinter blauen augen lesen wir hier darunter das maskulin m und dann haben wir hier die tracklist wir haben hier insgesamt 20 tracks an der zahl davon sind zwei skits mit dabei einmal track 8 und einmal track 17 und wir haben features auf diesem album und zwar features von sila und french montana das ist echt mächtig also us feature in diesem fall french montana freut mich sehr sila jihad nochmals sila mo mitchell alpagan und nochmals jihad ja also schöne features mit dabei aber nein hier haben wir auch noch features die hätte jetzt fast übersehen auf der linken seite unüblich animus mitchell und cool sauvage also hochkarätige features dann haben wir hier unten die credits und einen barcode es ist das achte solo album von flair so sieht das ganze von innen aus einmal hier mit der uhr also hyplo dürfte dürfte das sein dann haben wir hier flair am geld zählen hier lesen dann auch noch murat aslan hat die fotos beigesteuert und das artwork ist von smack talk so dann schauen wir mal hinein hier sehen wir schon einmal dass eine cd bzw die dvd hier rausgefallen ist aber was mich wirklich freut wenn wir links mal schauen zum booklet dann haben wir hier in dieser booklet tasche nicht nur ein booklet sondern echt jede menge also wir haben hier unter anderem mal einen info flyer seine info zettel zu psalm 23 das war ja die marke von flair viele werden sie noch kennen mittlerweile gibt es die nicht mehr war mehr oder weniger der vorgänger von maskulin war etwas hoch preisiger und auch in designs etwas ausgefallen als maskulin aber es gibt oder es gab damals auch schon maskulin regulär so sieht es aus damals noch als merchandise mehr oder weniger beworben dann haben wir einen info flyer beziehungsweise nein keine info flyer sondern einen sticker sehr schön wir haben hier einen sticker zum neuen sila album das damals erschienen ist am 7 dezember 2012 die passion whisky ok hier haben wir sie abgebildet querformat freut mich sehr habe ich so noch nie gesehen also info flyer solche promo flyer kennt man ja aber dass man hier wirklich ein sticker eingepackt hat um das album eines anderen artist zu bewerben das ist echt schön damit nicht genug werden wir noch einen zweiten sticker und zwar den flair sticker hier haben wir flair mit einem bandana von philipp klein hier vermummt das ganze in schwarz weiß und kreisförmig und dann haben wir noch einen info flyer und zwar zu flair hinter blauen augen tour 2012 hier haben wir die tour dates ja also das auf jeden fall mal eine sehr positive überraschung diese zusätzlichen inhalte mit denen ich jetzt nicht gerechnet hätte dann haben wir hier einmal das buchleid wir haben ihr flair abgebildet dann hier die infos zu den einzelnen tracks wer hat geschrieben wer hat produziert und wer hat gemixt ok flair hier in schwarz weiß fotografiert so sieht das aus auch hier immer so pixel elementen mit dabei so weitere tracks und dann haben wir noch die infos was sich auf der dvd befindet also hier auf der dvd haben wir hier so diverse videos mit drauf zehn stück einkauf mit flair unter anderem sbm 2 tour in hamburg savasch im studio mit flair studio alltag maskulin clips alles mögliche gibt es auf dieser dvd zu sehen und dann haben wir noch die tracklist der instrumentals jawohl gut damit genug wir werfen mal einen blick auf die cds so sieht das ganze noch hinter dem buklet aus wir haben hier cd nummer eins flair hinter blauen augen limitierte luxe die schon lesen wir hier das ganze passenderweise in blau und weiß gehalten rückseite schwarz dann haben wir cd nummer zwei diese beinhaltet die instrumentals zum album ok hier mit instrumentals beschriftet sehr schön und dann haben wir eine dritte und das in diesem fall eine dvd daher auch der 16er fsk hinweis also gut gefüllt dieses die gepäck packen die flyer noch rein und die sticker werde ich der 1 mal draußen lassen die beiden dann kommen wir zum poster so das poster sieht so aus also wir haben hier einmal flair wieder flair hier wieder abgebildet das cover foto hinter blauen augen flair lesen hier noch und dann haben wir noch die beteiligten das ganze in schwarz weiß fotografiert bis auf die schrift die ist in blau gehalten und das ganze ist wie ihr sehen könnt einseitig gedruckt rückseite ist weiß und das kommt im hochformat und als letzten boxinhalt haben wir dann noch wie er sich für seine amazon box gehört ein shirt mit dabei und wie sollte es anders sein auch hier ist natürlich fließe abgebildet maskulin lesen wir hier in blau dann lesen wir hier hinter blauen augen und rechts unten gibt es noch das flair logo schauen wir noch ok nein hinten ist nichts mehr drauf das ganze ist vom rücken her komplett in schwarz und wir haben es bei diesem shirt zu tun mit einem gillian soft style in der größe l das ganze ist 100 prozent baumwolle und made in bangladesh grüße gehen raus und zum abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet einmal das eben gezeigte shirt in größe l so sieht das aus dann das poster einseitig bedruckt im hochformat zwei sticker gibt es oben drauf die waren ja wie gesagt in diesem die gepäck mit untergebracht in dieser booklet stecktasche einmal kreisförmiges flair sticker und einmal dieser hier rechteckig silla die passion whisky und natürlich das album an sich hinter blauen augen im die gepäck limited deluxe edition inklusive instrumentals und bonus dvd die es wie ich aus diesem barcode schließe auch so zu kaufen gibt also diese limited deluxe edition gibt es auch ohne die box im laden zu kaufen gut das alles in dieser wunderbaren box hinter blauen augen von flair mich wieder natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr flair unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf euch auf